Heute Abend spielt das Chu-Chi-Pachi-Orchester hier im Palace. Das ist eine Installation mit Dacht-Lautsprecher und Orchester und Samovar. Das Publikum darf sich hier am T-Group bedienen und ist Teil des Orchesters des Gesamtkleines. Dieser Tisch hier, der ist mikrofoniert und man hört dann diese Geräusche, die werden dann verstärkt und sind dann eigentlich Grundlage oder Klangfarbe für die Instrumentalisten und für den Gesamtklang im Saal. Das sind Lautsprecher aus Nepal, aus Kathmandu. Und da gibt es einen Stadtteil, der heisst Chu-Chi-Pachi. Chu-Chi-Pachi heisst Horizont. Das schreibt man natürlich in Nepali anders. Dann aber auf Google-Map findet man das und das schreibt sich tatsächlich mit drei CH, wie das Küchenkästchen. Also die Lautsprecher haben einen sehr eigenen Klang. Das könnte man vielleicht von Bahnhof-Durchsagen. Und das heisst, wir haben heute ja zwei Bassisten gehabt und eigentlich sind das sehr tiefe Instrumente und die Lautsprecher können diese tiefen Töne überhaupt nicht wiedergeben. Das heisst, man muss auch anders spielen. Und das finde ich schon sehr interessant. Musik 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 Ich arbeite mit den Klängen, die die Musiker erzeugen. Also ich bin sehr konzentriert am Hören. Und wenn ich die Klänge, die die Musiker erzeugen, die die Musiker erzeugen, die die Musiker erzeugen, die die Musiker erzeugen. Wenn mir etwas gefällt, dann kann ich das eigentlich festhalten und dann damit spielen. Also ich kann kurze Loops machen, ich kann es freezen quasi und dann die Lautsprecher ansteuern. Ich finde es super, wenn man sich ein System ausdenkt, ein Setup zusammenstellt und dann nicht weiss, wo es hinführt. Musik 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 Musik